Heute Gurken, heute gibt es Gurkenwasser. Nee, das ist so gut, hätte ich gehabt. Lecker. Das haben die bestimmt einfach nur... Komm, sei ein Mann, sei mal ein Mann. Einmal im Leben ein Mann. Ich will das aber sehen. Ich will das ausspucken. Ich will das sehen. Nimm die Hand weg. Jetzt ein schönes Schlückchen leckeres Gurkenwasserchen. Jam, jam, da freue ich mich schon ganz lange drauf. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Eins, zwei, drei. Fertig. Alter, das ist echt widerlich. Liebe Leute. Es geht echt nicht.